Die Provinz Lecce Die Provinz Lecce liegt in Südostitalien an der Südspitze der Region Apulien. Zusammen mit Teilen der Provinzen Brindisi und Taranto bildet sie heute das geografische Gebiet Salento, einst Terradotranto genannt. Die Strände der Provinz, heute Urlaubsziel italienischer und ausländischer Touristen, haben sehr feinen goldenen Sand. Von Steilklippen und hohen Kliffen kann man atemberaubende Landschaften bewundern und die Düfte der Macchia Mediterranea genießen. Trockenmauern, sogenannte Pallare, bäuerliche Steinhäuser und Maserien, das sind grosse Gehöfte ausserhalb von Ortschaften, unterstreichen die Landschaft und preisen die Sehenswürdigkeiten des Gebietes, wo Steine seit jeher als Hauptbaukomponente betrachtet werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017